Heyo, wir sind mit einer weiteren Folge von Pokémon Schwarz 2 Ultimate Randomizer Nuzlocke Challenge. Und ja, wir sind noch einmal Stratos City und heute werden wir den Arena-Leiter herausfordern. Und wir schauen mal auf unser Team. Megafon, Marina, Joinn und Hulk, wie gehabt, wie letzte Folge, diese Woche, jetzt kein Team-Recap direkt, weil es gab ja die Folge noch, äh, diese Woche noch eine Folge. Und ich bring die extra, weil auf die letzte Folge so viel guter Support war. Aber deswegen heute, die Woche, noch eine zweite Folge. Mit ganz allein mit eurem Support könnt ihr bestimmen, wie oft die Serie kommt, einmal in der Woche sicher. Und je besser der Support ist, desto öfters kommt die Serie. So schaut's aus. Okay. Dann werden wir mal den nächsten Arena-Leiter herausfordern. Und ich würde sogar sagen, Megafon hat uns gute Dienste geleistet. Aber ich möchte mit Hulk erst mal hier anfangen. Und dann gucken wir mal, was sagt er so. Das war wirklich eine saubere Arbeit, vor allem in der Kanalisation. Meine Käfer-Pokémon sind übrigens schon ganz wild darauf, gegen dich zu kämpfen. Also meine Käfer-Pokémon sind echt die Besten. Sie sind mir ganz stolz. Mein Litomid hat so süße Kulleraugen. Das ist wirklich zäh und stark. Ich glaube nicht, dass du ein Litomid hast, aber okay. Meine Nummer 1 ist aber Matrifol. Besser geht's nicht. Ist mit anderen Klamotten? Wie eine fürslogische Mutter. Aber der Rest meines Teams besteht auch aus lauter Vorzeige-Pokémon. In dieser Szene, lass uns kämpfen. Alter, du laberst so viel Mist und sagst mir dein ganzes Team. Okay, dann schauen wir mal, was Developer Joey so hinter sich hat. Mortenso. Okay. Der war 22. Ich habe schon mal gegen Mortenso gekämpft. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ja, Erdbeeren war sehr auf der Tiefe-Session. Also müsste es zumindest das Gift wahrscheinlich sein, schätze ich mal. So. Zuschuss. Ja, das ist mir egal. Windhose. Macht mir nichts. Okay, ich sollte ihn dann am Arena-Kampf vielleicht nicht so krass vorspulen. Okay. Nummer 22 für Hulk. Sehr gut. Jetzt steigen wieder. Und ich sollte vielleicht mich heilen. Grill Cheater. Hm. Ich bleib drinnen einfach und werd mich erstmal heilen. Hambir. Abir. Gut. Blubstrahl. Ja. Dann können wir gleich nochmal direkt heilen. Mit einem Super-Trunk. Sorry, dafür von Miese, falls mir das gehört. Okay. Nochmal Blubstrahl. Ja. Komm. Das macht mir nichts. Das macht mir nichts. Ähm. Machen wir mal. Ich habe verlaubt, Klinge. Blubstrahl ist das einzige, was du kannst, erscheinend. Initiative sinkt. Ja gut. Hilft nix. Ist normal effektiv. Okay. Dann machen wir nochmal Turbo-Tempo um das Ganze. Hier. Okay. Oder auch nicht. Können wir mal einen Hyper-Trunk hier. Aber wie viel macht den Turbo-Tempo? Das wäre mal interessant zu wissen. Über die Hälfte macht es jetzt gleich nochmal ein. Jawohl. Du bist noch immer sehr fragil. Sehr gut. Dann mache ich das mal weg mit dem Turbo-Tempo. Level 23 auch als wir halten. Sehr gut. Und grillt noch eins. Okay. Ja. In diesem Fall Joy. So. Dann schauen wir mal. Wie wir das lösen. Blub, 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 blub. Wow. Da ist schon wenigstens gemacht eigentlich. Die Kiefe ist sehr effektiv. Also echt nicht so wenig gemacht. Er haltet er nochmal. Und Turbo-Tempo. Und gut ist. Sehr schön. Richtig gut. Sehr gut. So. 600 auch EP für Joy. Und dann haben wir das hier durch. Spiel besiegt, Developer Joy. Er hat sich ausgekrabbelt. Meine Güte. Bist du auch stark? Mensch, bist du aber echt stark? Gegen einen Trainer für dich ist es keine Schande zu verlieren. Alle Achtung. Hier, deinen Käfer-Orden hast du dir reglich verdient. Sicher steht er dir. Super gut. Ja. Nur komisch, dass ich mir die Hälfte deiner... Zwei Drittel deiner Pokémon mit Käfer-Tacken besiegen kann. Aber hey. Randomizer. So. Orden 3. Sehr gut. Er hält von Artie den Käfer-Orden. Der Käfer-Orden steht dir halt noch viel besser als gedacht. Jetzt war doch 3 Orden lang. Es kommt dir Pokémon bis zu 40. Bevor ich vergesse. Hier, das gebe ich dir ebenfalls. Gesichter. Naja, schade. Hätte schlechter sein können. Ein Käfer-Trotz ist auch jetzt nicht viel besser. Naja. Okay. Dankeschön. Und tschüss. Du siehst mich nie wieder. Aber deine Arena gefolgt war noch immer ziemlich gut. So. Und dann hauen wir uns hier mal raus. Okay. Ab zum Pokémon-Center. Und dann wüsste ich jetzt nicht großartig, was ich hier noch machen könnte. Ich meine, ich könnte zwei Items vergessen. Das könnte ich ja offscreen nachholen. Das würde ich ziemlich, ziemlich offscreen nachholen. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mal weiter. Nämlich hier. Oh, genau. Jetzt kommt das. Das erinnere ich mich noch. Ich könnte mit Marina mal lieben. Highlights und zeichne ich noch. Ab geht's. Oh, du schon wieder. Hm. Wenn es dir nichts ausnahms, würde ich gerne mal einen Blick auf dein Pokémon-Team werfen. Meinst du das geht? Ja, klar. Großartig. Vielen Dank. Zieh sie an, zieh sie an. Das ist ja wirklich erstaunlich. Dein Mann kam als viel selbstsicherer als andere Vertreter seiner Art. Hm. Na gerade mal drei Jahre in Ordnung. Hm. Faszinierend. Ich kann mir das gar nicht erklären, aber du treibst dein Pokémon wirklich ganz außergewöhnliche Leistungen an. Aber ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich habe noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Agromas. Und ich bin Wissenschaftler. Meine Forschung beschäftigt sich damit, wie ein Pokémon wahres Potential entlocken kann. Mein Lacken oder der Pokémon und die Kräfte, die wir in den Schlungen, hm. Sie verbinden uns zu den jeweiligen Trainern, die das ermöglichen. Oder steckt auch etwas ganz anderes dahinter. Ich bin über alles noch frei, weil du deine Theorie und den Kampf gegen dich auf Probe stellen. Das geht ganz nicht in Ordnung, klar. Na gut, treffen wir uns also auf Route 4. Ist gar nicht weit. Ja. Okay. Angst. Keine Ahnung, warum, aber... Naja, eigentlich nicht, aber... Okay. Guck mir mal. Guck mir mal. Ist halt der Randomizer. Ach ja. Du. Ich vergesse dich jedes Mal. Orkan. Ja, mach mal, du. Boah, ich wurde tatsächlich verwirrt. So, Marina hat Punkte, was willst du erlernen? Ich weiß nur, das ist auf jeden Fall. Ich weiß nur, das ist auf jeden Fall... Da reicht trotzdem sehr schön. Okay. Besiegt. Dann machen wir das nochmal hier. Ich habe dich bereits erwartet. Möchtest du wissen, wie sind die Kölfelsen? Nein, sondern mehrere Pokémon, sondern Kastelit. Aufgepasst. Mit diesem mehr Entwicklungsapparat werde ich die Pokémon stimulieren. Und... Zum Bewegen animieren wahrscheinlich. Naja. Oh, die Kastelit. Sie sind vielleicht völlig erschöpft vor dem Gewicht der Felsen auf ihrem Rhythmus zusammengebrochen. Team Plasma hat programmiert, dass wir das Potenziale Pokémon anerkennen und dass sie freilassen müssen. Doch diese Meinung kann ich nicht teilen. Ich finde, es ist ein Mensch, in den Pokémon zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschaffen. Ach ja, übrigens, ich habe ja noch gar nicht den Namen gefragt. Uh, verstehe, das merke ich mir nicht. Wir sehen, ob der Trainer bis der Vollzeitzeit Pokémon zu Vorstand bringen kann. Schätze, ja. Oh Gott, Jessica. Jan Mega. Uh. Das ist scary. Von den Stats her. Weil generell ein starkes Pokémon gleich instans scary ist. Okay, ich bin noch ein Schnelles, das macht dann eh nix. Wow. Das macht dann gar nicht mal so wenig. Lawine, mach mich noch langsamer. Achso, du bist das Maraggist. Okay. Ich war schon ein Lauder. Wow, jetzt habe ich noch mal Glück gehabt. Ich glaube, Lawine kommt, ja. Wow. Fluchtwert. Wow. Glück gehabt, dass ich sie getroffen habe. Ich bin immer verwirrt, wenn ich Marina vorne habe. Ich denke, ich muss immer... Ich muss echt das mir merken. Das geht so nicht. Okay, Level 23. Wir haben schon 100 KP. Wow. Rollum. Wechseln wir erstmal auf Hulk. Wie gesagt, Hulk ist immer der beste Lead, weil er defensivsten ist. Okay, das war nicht sehr fiktiv. Das auch. Hätte mir eigentlich klar sein sollen. Oh Mann. Ich hatte die Rollum, ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Okay, Wirbelwind. Das ist jetzt tatsächlich Marina. Marina. Na, Hyperzahn, Hilfe. Wow. Okay. Das möchte ich jetzt nicht riskieren, wenn ich ehrlich bin. Entschuldigung. Sehr schön. Und nochmal Käfergebrummen. Okay, Käfergebrummen ist sehr fiktiv. Jetzt muss ich mal merken, mal. Das haben wir schon sehr oft encountered. Okay, Hubex gewinnt. Sehr schön. Na klar, die Arena hat verschiedenordentlich die Top 400 Champion der Pokémon League. Das ist das vollem Poké-Zahn-Pokémon-Frei, in dem du immer gut so bist, die es eingeschafft hat. Habt ihr also alle gemeinsam nicht wahr? Ich bin wirklich sehr dank, bei dem wir das Zeichen sagen haben. Protein. Okay, danke. So, fast hier. Blah, blah, blah. Tschüss. Okay. Dann holen wir uns erst mal aus dem Pokémon Center nochmal eine Erfrischung. In Form von einer Heilung. Dankeschön. Okay. Sehr schön. Okay. Gut. Wollen wir weiter? So, und weiter geht's. Die Reise. Route 4 habe ich ja schon was gefangen, kann ich also nichts fangen. Das heißt, wir werden weiter mit vier Pokémon rumchillen hier. Aber es kommt früher oder später noch genug Encounter. Oh, Tafelwasser wollte ich gar nicht haben, sondern wirklich eine, sondern eine Limo. Machen wir nochmal. Okay, gut, das reicht jetzt mal. So. Gut, dann gehen wir hier mal weiter. Mal gucken, was uns jetzt erwartet noch. Außer, ach ja, stimmt doch. Jetzt müssen wir ja jetzt mal kämpfen hier. Nein, ist gut fürs Trainieren, aber das war's dann auch schon. Das ist nicht sehr effektiv. Ja, soll mich jetzt nicht stören. Das ist auch nicht so effektiv. Und da... Ja, egal, das ist zumindest normal und ich weiß auch, dass du mein Kreuz hier bist. Mal Schlauch drauf gehen, das ist okay. So. Sehr gut. Dann gehen wir hier wohl weiter. Tja. So, was ist eigentlich hier? Hier haben wir überall Häuser in der Wüste. So. Ach ja, stimmt. Ich kann das alles offscreen machen. Ich will offscreen die Stadt bekommen. Und hier, das hier. Ähm, ich weiß nicht, ob hier irgendwas relevantes ist, aber hier ist auf jeden Fall ein Trainer. Okay, das Metro. Oh, ich will hier drücken. Oh, ist das? Stahl. Das ist zumindest des größten Teils. Wow. Rollt mich alles hier weg. So, okay. So, okay. Gras, war hier so effektiv. Was warst du dann? Boden wahrscheinlich. Okay, Schnurrgast. Das soll mir auch recht sein. Nee, Boden kann auch nicht sein. Nein, egal. Weil, ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht gut im Rat. Okay. Hier ist ein Item. Das sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen dann das Item irgendwie rankommen. Na wie? Okay, ich glaube von oben. Ich glaube, es ist hier irgendwie von hier. Ja, dann haben wir noch einen Kampf hier gleich mal. Kein Problem. Wohinander sollte jetzt nicht das große Problem sein. Vielleicht doch. Weil wir keine Attacken mehr haben. Warte zumindest immer. Sollte nicht das große Problem sein. Kritischer Hitzeblättersturm. Ja, das war's dann mit Marina. Fuck. Okay. Das ist natürlich ungut. Das ist natürlich sehr ungut, dass ein Krit auch gekommen ist. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Das ist jetzt nichts, was ich mir erwünscht habe. Ist das hier eine neue Area? Ich probiere es einfach mal. Und wenn Überstoß... Das macht nichts. Ich nehme es einfach mal in Kauf und fange es mal. Wenn nicht, muss ich es eh entlassen wieder. Erfreilassen. Jetzt nicht, da muss ich es eh nicht verlassen. 400 Tor wurde er gefangen. Drache bist du? Okay. Dann nehme ich dich. Ähm. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe irgendwie das Bedürfnis dazu. Das ist mir das Erste, was mir jetzt eingefallen ist. Unkreativ, aber es stimmt. Gesicht. Ja. Ich weiß nicht warum. Aber ich muss es mal. Ist das hier, wie gesagt, Kratzfugel. Ähm. Was ist das hier für eine Route? Wo habe ich meine Karte? Dann muss ich hier noch... Ist es das Route 4? Oder ist es das Extra-Encounter? Hier gedacht. Muss ich gucken. Okay. Nein, es ist Route 4. Verdammt. Na ja, gut. Muss ich es dann... Sobald ich zu einem PC komme, entlassen. Freilassen. Und schauen, was hier noch tut. Was umläuft. Wow. Das ist alles nur für Kratzfugel. Really? Na ja, muss ich mal machen. Okay. Kappe plus. Okay. Oh, das ist ein statisches Pokémon. Das ist ein Tintacher. Statische Pokémon sind ja immer laut, haben wir gesagt. Das mache ich zumindest immer so auf Schwertanz. Das gefällt mir nicht, aber ich möchte das nicht. Das ist ein Tintacher. Aufschwertanz, okay. Giftstache. Du hast wirklich... Giftstache. Okay. Ich will jetzt hier an die Stelle nochmal wechseln. So join. Gesicht müssen wir nachher frei lassen. Statischer Encounter. Finde ich gut. Haben wir gefangen. Stahl. Okay. Das ist natürlich... Nicht das Beste dann, aber hey. Ähm. Hm. Wie nennen wir das denn? Ähm. Ähm. Stahlqualle. Boah, ich will meinen kreativen Namen her. Wahnsinn. Geht sich das überhaupt aus? Ja. Nee. Geht sich nicht aus. Hm. Stahl-Tintackel. Nee, das geht sich auch nicht aus. Ich nenne dich einfach... Ich weiß nicht warum. Das ist der erste Name, der mir jetzt einfällt noch. Du schaust aus wie eine Susanne. Aber auf jeden Fall. Das ist jetzt aber regulär der Encounter. Das heißt, wir können das machen. Oh Mann, dann müssen wir tatsächlich nochmal hier kämpfen. Party full. Das war jetzt glücklich, dass ich hier nicht krasse getroffen wurde. Methenheap. Okay, Felswerfer. Eiszeit. Das wäre böse gewesen. Okay. Sehr gut. Und Level 24. Sehr schön. Erstmal... Marina raushauen vorne. Joy hinpacken. So. Lassen wir wieder zurück. Sodamark. Das ist Downward Sodamark. Das geht mir schon ein bisschen... Das ist ein bisschen schade, dass man sowas nicht hat. Aber hey. Ich meine... Bitte willst du diese Träger nicht auch noch kämpfen? Ganz gut. Okay. Zurück. 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 Haben wir das Fahrrad? Nee, da... Hier ist es. Ah, hier. Fahrrad. Nein, nicht Karte. Da... Ach, nicht die Karte. Direkt auf Shortcut. Stimmt. Hab ich ganz vergessen. Okay. Am Pokémon Center hier runter. Und hier sind wir schon. Bäm. Okay. So. Leider, leider, leider. Müssen wir jetzt zwei Dinge machen. Einmal müssen wir hier 400 Tor freilassen. Denn... Naja. Es war illegal der Encounter. Weil es auf der gleichen Route war. Wie Maractus hier. Das wir leider rausnehmen müssen. Weil es down ist. Was schade ist. Auf zweites Gesteins-Pokémon schon. Und dann haben wir hier Tentacher. Feuer ist blöd. Kampf ist auch blöd. Aber Kampf können wir mit die beiden kontern. Feuer ist neutral zu beiden. Okay. Okay. Giftstachel. Mutig. Du bist... Geht zumindest aus dein Andels-Plus-Wesen. Ja, komm. Hauen wir mal Tentacher hier rein. Fähigkeit Schnüffel ist jetzt nicht das Beste. Also doch. Schlechter. Treffen können wir uns. Okay. Wie schaut jetzt Tentacher hier aus? Weil den Körper direkt in Einhorn zu sein ist. Das ist mutig. Hat einen hohen Angriff. Eine hohe Spezialverteidigung. Einen okayen Initiativewert. Eine schwache Verteidigung aber. Aber es ist zumindest ein Stahl. Ein sehr effektives Erdbeben. Und Tentacher ist weg. Aber das wäre es ja sowieso. Okay. Schwertanz-Kopfluss. Das ist schon mal eine gute Kombo. Schauen wir mal, ob wir das Moves halt irgendwie noch aufbessern können. Mit zum Beispiel Turbo-Tempo. Das wäre super, das wäre super, wenn es könnte. Nein, könnte es natürlich leider nicht. Kreuzheb. Ich glaube, Kreuzheb kann jeder lernen. Weil das... Auf jeden Fall mal Giftstachel. Gyro-Ball sollte trotzdem wehtun. Und das ist zumindest ein Step. Also von dem her. Sorry dafür. Wir sind jetzt hier wieder in der Stadt. Und müssen jetzt natürlich... wieder uns neu sortieren. Was das Ganze hier betrifft. Und deswegen können wir jetzt mal mit Fahrrad hochfahren. Und ja. Die Folge noch nicht mehr. Nein. Noch ein bisschen. Ach ja. Soll ich schon wieder vergessen? Okay. Da war ja noch was. Da war ja was. Überraschend. So. Kurz weg ist es. Okay. Hier durchpowern. Und dann erst mal hier vorwarten. Und dann bämmen wir hier auch das Spiel heute. Ich weiß, wir haben schon wieder was verloren. Wir haben zu einer Regelleitung gehört. Aber niemand zu verlieren. War ärgerlich. Und wir werden noch so schnell keinen neuen Encounter mehr bekommen, glaube ich. Obwohl. 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 Genau. Wüstenresort könnte ich mir in Encounters holen. Oh, das mache ich schnell noch. Das mache ich schnell noch. Okay. Das ist ein Wüstenresort. Kann man auch. Okay, ich bleib dann hier erst mal. Und was ist unser erster Encounter? Ein Diktar. Okay. Ich hoffe, es ist nicht verrückt. Ein Diktar ist halt eben bekannt, fragil zu sein. Da habe ich jetzt Angst, auch anzugreifen. Aber wenn die Catch-Rate auch nicht besonders hoch ist, sollte eigentlich das schon reichen. Oder auch nicht. Aber guck. Das ist nicht so. Eigentlich. Gibt es keinen Bodenstahl oder sonst irgendwas. Das ist schon mal gut zu wissen. Superball, komm. Jawohl, Diktar wurde gefangen. Sehr schön. Okay, dann haben wir... Es ist normal. Das ist gar nicht mal so schlecht, wenn wir Super-Tempo lernen können. Ja, das ist nur normal. Schon wieder eine Kampf-Weekness. Ich glaube, ich weiß, wie wir es nennen. Denn, naja, Diktar ist ein kleiner Dickherd. Das ist einfach so. Okay. Dickherd. Dickherd. Really? Okay, wo kann man das jetzt hier auch schon nicht machen mit den besonderen Nicknames, die sehr offensive sind? Aber okay. Ähm, dann nenne ich dich. Dann nenne ich dich Diggledidoo. Diggledi. Jawohl, Diggledidoo. Okay. Schauen wir mal, was Diggledidoo so drauf hat. Und dann entscheiden wir nächstes Mal, ob wir es hinzufügen werden oder nicht. Frech. Psychojuwäsch. Wunscht am Horrorblick, wünscht nicht und Ausdauer die Stats. Ah, die Verteidigung. Die Verteidigung. Ah, das Saugnab ist jetzt auch nicht so besser. Die Verteidigung. Ah. Verdammt. Naja. Wenn wir es zu einem Diktar bekommen, so das Edis ist jetzt wieder changen. Das heißt, ich könnte es hinzufügen. Okay. Ah, wir werden sehen, was ich machen werde. Wir werden sehen, was ich machen werde. Ich weiß es noch nicht. Aber bevor ich hier reingehe, werde ich eben hier nochmal schön stehen bleiben. Speichern. Und dann werden wir mal schauen, was ich mit dem Tacho mache. Ob ich den zufüllen werde, weiß ich noch nicht. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Und bis dorthin. Spielt schon drauf weiter. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017